Hi, ich bin Patrick vom Faszien-Channel, Leiter des Faszien-Zentrums in Hamburg und heute soll es mal um das ISG-Syndrom gehen, das Iliosakralgelenksyndrom. Wir erklären dir mal, was ist das eigentlich, was machen wir denn da, wenn du das hast und drei nützliche Übungen, die du zu Hause machen kannst. All das in diesem Video, lass uns loslegen. Okay, was ist eigentlich das Iliosakralgelenksyndrom? Das Iliosakralgelenk ist letztendlich dieses Gelenk und zwar der Zusammenschluss zwischen dem Beckenteil des Beckens und dem Wirbelsäureteil des Beckens. Und wenn es dort zu einer Verschiebung kommt, dass zum Beispiel dieses Teil hier nach hinten kippt, dann macht das richtig fies Ärger. Wobei da auch immer ein bisschen die Frage ist, es wird immer heiß diskutiert in der Therapeutenszene, was war zuerst da, der Ärger oder die Verschiebung? Aus meiner Sicht würde ich immer ein bisschen sagen, naja, die Verschiebung kommt, weil da zu viel Muskelspannung ist. Whatever, wie es in dem auch sei, de facto ist es so, dass bei einem Iliosakralgelenksyndrom hier dieses Gelenk verschoben ist und dementsprechend hier Spannung ist und dort müssen wir natürlich in diesem Bereich arbeiten. Und wir zeigen dir jetzt als allererstes mal, wie gehen wir da vor, wie gehen wir taktisch im Faszienzentrum vor, was machen wir für Schritte und was kannst du zu Hause tun. All das jetzt. Ja, zunächst schaue ich mir an, ist wirklich das Becken verschoben? Im Prinzip muss man ja sagen, wenn man das so hat, wie ich es gerade im Modell gezeigt habe, ist ja wirklich das Gegeneinander verschoben, also sprich weg. Und man spricht auch von einer Beckenverwringung, weil das so ist, als ob ich einen Waschlappen auswringe, ja gegeneinander drehe. Und das ist natürlich, was im Becken passiert und dann letztendlich natürlich zu entsprechenden Schmerzen auch führt. Also ich lege tatsächlich mal hinten hier auf diese Struktur des Beckens, auf die Rückseite des Beckens, meine Daumen auf und bitte jetzt meine Patientin mal mit dem Oberkörper hochzukommen, sich gerade hinzustellen. Und hier kann man tatsächlich sehen, dass auf der linken Seite das ein bisschen rausschaut, mein Daumen. Könnt ihr mal genau hinschauen. Und da ist dann auch entsprechend, dass wir dort arbeiten werden. Die nächste Beckenebene, die ich mir anschauen muss, ist tatsächlich, liegt eine Beinlängendifferenz vor. Und das mache ich immer, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Ich mache es immer mit diesem Konzept und schaue jetzt eben entsprechend, ob hier eine Beinlängendifferenz vorliegt. In unserem Beispiel ist es nicht der Fall, das ist schon mal gut. Häufig ist es so, wenn das Becken im Prinzip sowohl in der Ebene der Beinlängendifferenz verschoben ist, also so steht und nicht mehr so, ja, und dann noch verdreht ist, dann gibt es richtig viele Schmerzen. Das heißt tatsächlich, da ist natürlich eine ganze Menge Kompensation, also Muskelhaltung, Muskelverkrampfung notwendig, um dieses schiefe Becken dann zu halten. Das soll heißen, Leute, die dort in diesem Bereich Probleme haben, haben häufig beides. In unserem Beispiel ist es wirklich isoliert, nur dieses ISG, was verschoben ist. Ja, das Becken ist auf der linken Seite nach hinten gekippt, also wollen wir das jetzt wieder Richtung vorne reinbringen. Dazu bitte ich meine Patientin einmal einen halben Schritt nach links zu tun. Sehr gut. Dich vorne über zu beugen, aufzuschützen, genau, und mit dem linken Bein pendeln. Kommst du da durch? Ja, kommst du durch, alles klar. Ich halte jetzt meine Faust hier locker drauf und du beginnst mal zu pendeln. Und immer wenn sie nach hinten schwingt, dann drücke ich hier vorne rein. Das war's schon zur Korrektur des ISG. Wir checken jetzt einmal, ob das passt. Darf sich wieder in die Mitte stellen? Aufstützen, genau. Ich gucke jetzt einmal. Und du kommst mit dem Oberkörper bitte hoch. Und siehe da, jetzt passt's wieder. Ja, jetzt habe ich sozusagen die Ursache, dass verdrehte Becken behoben. Trotzdem ist ja hier immer noch recht Spannung drin. Der Rest auf jeden Fall noch. Und den kann ich auf verschiedenste Weise lösen. Ich nehme jetzt als erstes mal, um das zu lösen, die Vibra-Gun. Das ist sozusagen mein Lieblingsspielzeug von den Vibra-Guns, die ich habe. Ich habe ja vier Stück. Das ist meine Liebste. Habe ich hier in die Shownotes verlinkt. Und fange jetzt tatsächlich mal an, den unteren Rücken, die Lendenwirbelsäule, Becken und Gesäßregion zu entspannen, weil das ist der ganze Bereich, der entsprechend verkrampft ist. Und natürlich arbeite ich nicht nur auf der linken Seite, sondern auch auf der rechten Seite, weil die muss ja kompensieren, wenn links ein Problem ist. Ist auch häufig so, dass rechts irgendwie ja auch Probleme sind, beziehungsweise die vielleicht noch nicht als Schmerzen wahrnehmbar sind, aber durchaus auch eine Kompensation stattfindet, sprich die Muskulatur verhärtet ist. Das mache ich pro Seite so ungefähr drei Minuten. Und dann kann ich noch so Dinge tun, wie zum Beispiel Schröpfen, Schröpfmassage. Da gibt es viele Möglichkeiten, viele Wege führen nach oben. Und jetzt zeigen wir dir mal, was du zu Hause tun kannst. Für diese Übung stellst du dich zunächst einmal schulterbreit hin. Und nimmst jetzt in diesem Fall die linke Hand in unserem Beispiel mal an das linke hintere Becken und suchst dir mit dem Daumen den prominentesten Punkt aus, also den, der dir am ehesten entgegenspringt. Wenn du den gefunden hast, wenn es schwerfällt, kannst du dich ein bisschen vorbeugen, dann kommt der ein bisschen raus und du kannst ihn spüren. Wenn du ihn gefunden hast, dann darfst du mit dem Daumen dort rein drücken, während du dann in unserem Beispiel mit dem linken Bein anfängst zu pendeln. Und immer wenn du nach hinten schwingst, dann gibst du Druck mit dem Daumen in das Becken. Ja, bei dieser Übung wollen wir mal mit der Hartschaumrolle den unteren Rücken abarbeiten. Dazu setzt du dich auf eine Matte, am besten in die Position, wie ein Dreher das gerade macht. Nimmst die Rolle jetzt direkt an den Rücken und lässt dich jetzt ganz langsam nach hinten sinken auf deine Ellbogen zunächst einmal, damit du dich abstützen kannst. Denk immer dran, sei gut zu dir. Jetzt kommst du langsam mit dem Gesäß hoch und versuchst mal, deinen Oberkörper abzusenken. Der Kopf bleibt in der Flucht ungefähr, also weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung übelst durchhängend. Und versuchst mal, das Gesäß hochzubekommen und zirkulierst mal mit den Armen so ein bisschen, wie es okay ist für dich und schiebst dich jetzt langsam nach vorne, woraufhin natürlich dann die Hartschaumrolle nach oben rollt. Du kannst die Intensität verändern, indem du mehr oder weniger mit den Armen spielst, also die Arme jetzt mehr einsetzt oder weniger. Und probiere mal, was für dich okay ist. Denk immer dran, sei gut zu dir. Du möchtest dort nichts kaputt machen. Das wollen wir nicht sehen, sondern wirklich was lösen. Und wenn es zu doll ist, dann ist es einfach zu doll, denn lass es. Versuche es wirklich so einzustellen für dich, wie es okay ist. Im Idealfall kommst du mit dem Gesäß hoch und guckst, ob du die Arme mehr und mehr entlasten kannst. In unserem Beispiel wollten wir nur die Lendenwirbelsäule abarbeiten. Deswegen gehen wir auch nur bis zum Übergang zur Brustwirbelsäule und beenden die Übung wieder. Die folgende Übung kommt aus dem STR-Konzept nach Jamal Rasslan. Eine sehr effektive Übung, um die hintere Faszienkette zu öffnen und damit auch die Nerven des Beckens und des Rückens zu entlasten. Du stellst dich schulterbreit vor einen Stuhl, der wiederum an einer Wand positioniert ist. Nimmst du in unserem Beispiel mal das linke Bein nach vorne, legst es auf den Hocker ab und bringst jetzt einmal die Hacke an die Wand. Achte darauf, dass dein rechtes Bein, das gegenüberliegende Bein, der Fuß weitestgehend nach vorne zeigt und das Knie durchgedrückt ist, so gut du es kannst. Versuch nun mit dem linken Fuß ein bisschen das Bein nach innen zu rotieren und dich dabei aufzurichten. Versuch diese Übung dir so einzustellen, dass du im hinteren Bereich, also Kniekehle, Oberschenkel, Wade, in diesem Bereich einen Zugschmerz von 6 bis 8 auf der 10er Skala verspürst. Bitte nicht drüber, denk immer dran, sei gut zu dir, wir wollen dort nichts kaputt machen und diese Zugspannung hältst du so lange, bis du das Release, das Loslassen verspürst. Sprich, dass du merkst, dass es deutlich weniger wird, der Zugschmerz, obwohl du nichts verändert hast. Das ist so, wenn der Zugschmerz bei 3 bis 4 ist, dann darfst du die Übung beenden und wieder rauskommen. Die Zusammenfassung, wenn du eine Verschiebung am Iliosakralgelenk, also hier genau hast, dann ist es erstmal wichtig, dass man therapeutisch sich die gesamte Statik anschaut und genau den Bereich wieder in seine Position bringt. Als Übung haben wir dir drei Übungen gezeigt für zu Hause, die du machen kannst, um einmal hier in den gesamten Bereich Ruhe reinzubringen, auch das macht der Therapeut natürlich. Und zum anderen eben die hintere Faszienkette zu dehnen, sowohl als auch dann entsprechend das ISG wieder in seine Position zu bringen. Weil, nur weil wir es in der Therapie einmal korrigiert haben, heißt es noch lange nicht, dass es auch so anhält. Und dazu ist es wichtig, dass du die Übung halt zu Hause machst. Ja, dich interessieren diese Themen und andere. Du bist Fußgänger, hast vielleicht noch gar nichts damit zu tun. Wir haben jetzt Erste-Hilfe-Kurse, wenn du akut Rückenschmerzen hast, wie du dir selber helfen kannst. All das in den Shownotes unten auf meiner Homepage www.faszienzentrum-hamburg.de Und wir sehen uns nächste Woche wieder am Sonntag im Faszien-Channel und da freue ich mich auf dich. Ciao! Bis zum nächsten Mal!